Die Klimaerwärmung ist in aller Munde. Während die Meeresspiegel steigen und die Wetterextreme dramatisch zunehmen, sind viele Menschen verunsichert. Alles nur Panikmache oder steuern wir tatsächlich auf die große Apokalypse zu? Im Buch Prima Klima geht Autor Michael Kotsch den gängigen Meinungen nach. Er benennt die Rolle der Klimaschützer und die der Skeptiker. Es geht um Glaubwürdigkeit, Vertrauen und Verantwortung. Aber auch darum, wie wir als Christen mit dem Thema umgehen können. Prima Klima – das Buch jetzt erhältlich in Ihren christlichen Bücherstuben.